Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Grüßt Sie. Was wünschen Sie? Ich komme in Frieden. Nicht. Entschuldigen Sie, aber da sind Sie hier leider falsch. Kein blassen Schimmer wegen Passwort oder so. Kremers krasser Videoshop wünscht Ihnen einen guten Tag. Was wollen Sie? Hier ist im Krämer sein Onkel, der alte Schosch. Tut mir leid, da kann ich Ihnen leider nicht weiterhelfen. Kremers krasser Videoshop grüßt Sie. Was wünschen Sie? Hallo, will der Kremers krasser Videoshop auf die Fress? Entschuldigen Sie, aber da sind Sie hier leider falsch. Bitte hilf mir! Na logisch, Kleine. Geh zum Krämer in die Videothek. Leg Hippoklax um. Er hat geheime Nacktaufnahmen von mir gemacht. Hässel, hässel. Kole, ich hole ihm das Video ab. Bring das Teil zu mir. Dafür bekommst du auch einen roten Schlüssel. Null Problemo. Ich habe genau gesehen, wie du die angeguckt hast. Wie habe ich die angeguckt? Nee, schon in Ordnung. Mach nur so weiter. Hä? Verzieh dich, Junge. Hallo, Frau Geschichte. Habt ihr nichts für Spaß in meiner Stadt? Ich bin ein Verliegungsverdiener. Ich bin ein Zauberbein. Ich bin ein Zauberbein. Ich bin ein Zauberbein. Ja, das war es. Und ich bin ein Zauberbein. Denn ihr wisst ja, wie ich bin ein Zauberbein. Ich bin ein Zauberbein. Ich bin ein Zauberbein. Let's attack agressively. Ich bin ein Zauberbein. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hallo, Unterschicht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das ist ja Hightech, ey, das gibt's ja gar nicht Das Audiosignal ist viel zu schwach, Kitty Ich guck mal, was ich hier so anstellen kann Und da kann ich ja nicht mehr so anstellen, was ich ja gerne entstanden kann? Stop this one time I take the home. 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 Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ich bin ein Bruder. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020